Das Motivations- und Förderprogramm vom Nels Park Hotel für die Nachwuchstalente. Sie haben den Vortrag vorhin gehört vom Nels Park Hotel. Ihr Statement dazu. Der Vortrag hat mich tief beeindruckt, weil er genau das zeigt, was im Moment angesagt in der Branche ist. Im Nels Park mit den Auszubildenden ein unheimliches Motivationsprogramm entwickelt, das die Antworten auf die Fragen gibt, die im Grunde genommen Auszubildende hören wollen. Auszubildende wollen nicht mehr billige Arbeitskräfte sein, sondern wollen als ganze Arbeitskräfte wertgeschätzt werden. An vielen Stellen konnte man das bei MoveUp sehen, dass hier ein ganzheitliches Konzept entwickelt wurde, dass eine Antwort auf einen möglichen Fachkräftemangel in der Branche ist. Wenn ich nur an das Azubi-Car denke, ist das eine tolle, coole Aktion, die die Auszubildenden sicherlich gerne wahrnehmen. Und viele andere Bausteine des Gesamtkonzeptes suchen ihresgleichen aller Ehrenwert, aller Bonheur. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch dazu und weiter so. Es ist ein Vorbild für die Branche. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch dazu.